ja und damit herzlich willkommen zu einer neuen folge ls 19 das ist die neuen folge einfach nur in der infobolge erfolge für euch ne dann haben wir das hier ich wünsche ich mal kurz in den ls musik anmachen kurz geduld noch für euch müssen wir kurz um es und diese so naja genau ich nehme das ganze mit obs auf ja gibt einfach obs ein sucht tutorials falls ihr könnt und dann werdet ihr auch zu nem youtube so wie ich guckt euch tutorials an einfach nur tutorials angucken und es ist dann eigentlich kriegt es dann hin eigentlich meine ich weiß nämlich nicht dass ich mich auch spielen kann jetzt spiel lieber dieses lied ab so dann würde ich sagen nehmen oder los warnein länger brauchen wir eigentlich gar nicht mehr sagen stemmer wird ich fand es mit dem auto zum supi da hab ich mir gar nicht selber gebaut jetzt haben wir mal aus ja leute ich wollte eigentlich schon gestern erfolge umplanen aber ich hatte dann einfach keinen Bock mehr weil wer jetzt abgeschmiert ist ich weiß nicht woran es sagt wahrscheinlich weil ich zwei intros pleite sieg abgeschmiert hat wahrscheinlich der intro peder bevor es leckt ein bisschen aber das macht ja nichts naja leckt wahrscheinlich ein bisschen wegen mods aber da soll ein Hier geht es auch gleich, nach dem Weg auch erregnen, was man hier unternehmen kann. Das ist gerade der Geistesberg. Ja, hier seht ihr eben so einen Abfahrer. Also, was ist die Abfahrer? Die Erde abfahren. Die Erde abfahren. Das ist die Augen. Das geht mal, ey, das ist ein Abfahrt. Ja, das ist ein Abfahrt. Das ist ein Abfahrt. Das ist ein Abfahrt. Das ist ein Abfahrt. Das muss es ihr bassdarbeiten. Das ist ein Abfahrt. Wir müssen jetzt mit den Oros angehen. Das ist ein Abfahrt. So, alle Dampers stehen da hinten auch noch und müssen auch noch da hinfahren. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht schweig hatte, aber das war wieder krass. So, dann fahren wir es mal runter. Bis zum nächsten Mal. 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 So. Oh! Ich habe sogar schon einen kleinen Elch zu finden. Kennt ihr es ganz sicher? Ein Elch? Auch die Elch? Ich weiß es aber nicht. Wir haben das jetzt nicht reingekommen. Aber hier saß ich und da gibt es noch mein Vater. Wir haben noch gewechselt. Das Ganze sieht geil aus. Echt, das ist nun schön überblick. Jetzt haben wir den mal runter. Bis zum nächsten Mal. Ich weiß es, wir spielen. Das ist alles gut. Mal klar. Wir lassen es auf einmal runter. Das ist kein Schuss. Das ist ein Schuss. Das ist doch nicht das. Das ist ja nicht mehr. Das ist ja nicht mehr. Das ist ja nicht mehr. Das ist ja nicht. Musik 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 So, dann fahren wir mal 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 Ich weiss nicht ob ich sie noch mit drauf habe, ich weiss nicht, ich weiss nicht, ich weiss nicht, ich weiss nicht, ich bin hier raus, weil ich mit Protect Weiss nicht mehr, kompakt hat er nicht mal diesen neuen Sprinter einsatzfahrzeug ist er unter einsatzfahrzeug ne ist er nicht auch die 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 Bis zum nächsten Mal. Ah ja, das war... Ja Leute, das war's mit dem Video. Die vierte. Das heißt, die vierte. Ich glaube, es macht Nummer eins. Aber für den Morgen wahrscheinlich... Ja, wenn ich sagen... Freude... Ja, das war's. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.